einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten diktatur der welt ich bin der dennis willkommen bei tukey auf deutsch ja die erb die letzten tage nicht mehr so viel von mir gesehen liegt daran dass wir übers wochenende zwei drei tage weggefahren sind mit unseren nachbarn ich zeige euch auch mal wo wir sind alles klar so sehen die duschen hier aus also eigentlich ganz gut am strand vernünftige duschen kannst du dich hier fertig machen sauber machen föhnen heißes wasser kaltes wasser alles gut ja wir sind hier gerade in chirale das ist so dreieinhalb stunden von uns entfernt 250 kilometer ja so sieht der strand halt aus hier das wasser ist wirklich sehr schön klar ich zeige euch das wasser jetzt auch noch ja ist schon ist schon wirklich schön durch mal das wasser an wie schön klar das ist ein traum herrlich wie gesagt es kommen noch einige videos die fahrt hierhin die fahrt in den bergen wir waren eben in den bergen oben gewesen wo brennlich steine waren wo methan hochgekommen ist da kommen alle videos noch ja auch von der umgebung hier wir waren an einem ort in olympus und wir gehen noch an einige orte hin auf jeden fall dran bleiben seht es mir nach dass die videos noch nicht da sind weil ich kann die unterwegs nicht schneiden müssen geschnitten werden und ich habe mein pc natürlich nicht mit und auch kein laptop deswegen müsst ihr einfach warten bis ich wieder zurück bin das wird sonntag oder montag sein und dann wird das alles kommen also bis dahin habe ich die ehre ciao